hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video und willkommen zurück in school of dragons ja ich wollen heute mal wieder questen das ist ja sehr lange er gewesen es kam sehr gut bei euch an das letzte video war ziemlich lange ich bin dann erkältet also nicht mehr wenn ich etwas komisch klinge als sonst und ja wir haben jetzt die aufgabe das ist waka ja genau weil kein werk zu treffen und wir gehen erst mal hin ich glaube die ganze aufgabe steht noch gar das lebt besteht darin dass wir die leute treffen dass wir die leute treffen von da wird das wahrscheinlich sehr schnell erfahrt ich sein können wir nicht immer auch hier einfach hier alle nach drei folgern ansprechen ist es nicht eigentlich egal ja blablabla mal gucken ob wir danach noch irgendeine aufgabe finden das war die einzige die ich gefunden habe ich sollte noch wolle einsammeln drei stück ich habe meine schafe schon gefüttert aber ja mal gucken wie schnell das dauert bis die da fertig sind okay jetzt fehlt uns trotz bucket der ist hier unten oder brauchen wir ja so hicks ok dann müssen wir jetzt sind fliege wandelt eine dieses winter update weg das ist so langsam langweilig ich vermisse dieses schöne grüne peter und vor allem wo die drachen auch in allen ländern gleich aus jeder nicht überall in mir voran irgendwie vom licht her anders aussehen das ist echt nervig okay dann gehen wir das weiter schätzt mein mikrofon ist immer im weg deswegen komme ich mit der maus immer da oben in die ecke nicht so gut hin ja ja und das war schon die eine aufgabe mensch doch okay ja jetzt sie hat keine hicks habe ich auch keine soweit ich das sehen kann auch nichts haben als es leckt mega die haben nichts und trotz packard auch nicht sehr gut dann gucke ich mal ob bei meiner farm das eine schaftag gesetzigt hat ach nee ach nee und wenn diese aufnahmen gut hinhaut dann werde ich jetzt aufwand als um allen die quests machen ich habe mich ganz hat nie getraut das zu machen und war mein aufnahmeprogramm hier nicht so ganz gut waren und bevor ich die ganzen quests mache und das dann nicht freigeben werden kann dass eine video verpasst ihr über die hälfte und deswegen habe ich noch so lange gewartet bis es wieder geht und gestern und vorgestern ging es alles ziemlich ziemlich gut wieder und deswegen wie lange noch 15 sekunden ich brauch drei wolle mal gucken hallo schubst du mich immer nicht rum blödes schaf ich glaube es schlachte ich sonst ich mag tiere okay so auch die kümmer auch gleich mitnehmen falls die eine tolle wer immer das war auch schwarze wolle haben will so wie viel habe ich denn jetzt davon eine juhu super okay dann ja den dafür teure ich noch mal kann man die nicht irgendwie weg packen oder so und dann ich hab mir zwei weiße schafe dich da dich mag ich nicht weißt du das okay so aber das schaf da will die weg haben kann man das nicht irgendwie weg du ähm ne sieht nicht so aus ne wenn ich das einpacke packe ich den ganzen zaun ein ne obwohl so dann machen wir das einmal so so tun wir das dahin und da kommt jetzt achso das muss ich erstmal da ach nee so nochmal hier die zwei weißen schafe auf jeden fall ich weiß sie muss ich euch jetzt wieder füttern wahrscheinlich ne genau egal und das eine schwarze schaft da so kommt doch eins hier rein ja das kann auch hier rein ne das ist das falsche och jetzt rennen die alle durcheinander ok so hätten wir das auch geschafft wie lange brauchen die denn 14 minuten dann gehen wir mal gucken ob nicht der heatmaster irgendwelche aufgaben hat oder ja haut drauf finde ich im moment irgendwie nicht auf berg ist er eben nicht gewesen wo ist er denn sonst ich habe keine ahnung mal gucken wobei dragon so der hat auch nichts und die hat auch nichts ok dann gehen wir mal zur schule 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 produkt banni wo ja genau aber wo ist wo in dieser bundsdrechten schule da ist nichts mit was wir als neben ich google sind einfach gleich keine ahnung weil es ist auch einfach ein blitz also so vielen fällen wollen das weiß ich so der heat master das weiß ich aber der hat aber ja genau jetzt diese blöden welten johann da machen wir im nächsten wie ja hat diese labor hat sie da was nein hat sie nicht okay dann wo könnte denn jetzt eigentlich auch auf eigentlich alter was legt es denn hier so rum und ich lecke aber auch im wissens gefühl okay keine ahnung wo der ist ist mir eigentlich auch egal wo der haushof ist okay dann sehen wir uns wieder wenn die schafe da die ganze wolle ausgespuckt haben okay so wir haben das ist diese wolle bei den schafen abgeholt und ja das steht immer noch null von drei ich habe keine ahnung ich jetzt einfach zu dieser komischen blackmailer wie auch immer die hieß hin vielleicht steht auch irgendwie so ein komisches gerät oder ich habe keine ahnung dann müssen wir die auch erst rollen wollen keine ahnung so blackmailer wie auch immer du heißt wir sprechen dich jetzt einfach mal an das war kein fragezeichen über der birne aber okay weise mir mal den weg auch mal ansonsten kommen wir fliegen wo willst du jetzt bitteschön hinfeilen ja gut wir sollten das da abholen da also ja sonst kann das auch nicht einsammeln mensch hallo kann ich mal dieses blöde ja sekunde ok jetzt habe ich glaube ich ja ich kann mich nicht bewegen ja jetzt habe ich so viel wolle in der tasche für nichts so und jetzt holz wir müssen auf irgendwas schießen morgen dragon und schuld auf das holz ding da schießen wir doch gerne drauf babush ok ich glaube ich mache diese anderen drachen da mal weg die stören mich diesen typen blockieren meine richten weite und das war kein deutsch so ja ich habe auch noch drei wollen fahrzeuge aber vielleicht auch zufällig haben willst an zahn nicht auf den möbeln stehen nicht auf den möbeln danke ok wollen wir geben ja wir geben dass der mal dings dings klick 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 auf das komische whirlpool teil blablabla klick und wohl habe ich doch gemacht oder nicht jetzt funkelt es stern tala ok gibt es euch kann das immer nicht lesen weil das immer so irgendwas mit rott blablabla klick ist im ausbildungszentrum das weiß ich ganz genau ich glaube wir sollten jetzt nach berg aber scheiß drauf rott ist hier auch von daher hey du ego shooter ok blablabla klack das war es auch schon mensch du muss ich mal mit san san wieder spielen ne ok aber der hat hunger merke ich gerade fisch fisch lecker 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 fisch habe ich eben noch ein ich es hasse will mich nicht an hier ist noch ein pechdingster ok 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 da machen wir das wieder weg ok ja hat hier jemand möchte aufgaben für mich ne nee ok ok dann eben nicht dann gehen wir mal vielleicht hat die ja wieder irgendwas diese Playkma die Playkma dass sie pegma die hat auch nichts und der eimer fuziert auch nichts dann gehen wir mal nach berg und zu gucken ob da irgendwie was haben und sonst ja gott ich sterb noch so fischblex und was weiß ich ja der hatte und nichts aber er hat was landen danke brühe mich hier nicht an okay ja bla 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 kann es mal jetzt danke okay wo müssen wir denn jetzt hier hin wir müssen hier ist irgendwas komisches gelbes in der luft spuren da jemanden gefurzt okay feind denkt aber was steht da die sonne bläde auf meinem laptop ich hab keine fliegen einfach hier drunter ach wir müssen die forts folgen ein paar oder wie wo ist denn her war die hier ist in der schule da das ein fragezeichen ach die herr war nicht die andere die auch verheißen ein anderer herr war sicher ich hier sehr mit logik verbunden also was geht die milch die milch ich der mulch und die milch okay also das hast du und dass er bei uns landen sonst haben das brüllst du mich hier wieder an ich werde nicht mehr okay bla 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 und wir haben irgendeinen dreck klumpen bekommen sowas die aus die mit black mar es kleck mal ich hier dann müssen wir wieder in andere welt reisen äh, klar, das zeigt aufs Taxi nee, die ist hier das Taxi ist gar nicht hier ich kippe gerade auf ach, ich sehe schon ein bisschen im Labor irgendwas mixen okay oh, da, stopp ja, geben wir dir Satz, das war nicht eigenverstanden, der brüllt zwar die ganze Zeit, aber ich bin der Boss okay, so wohl jetzt lang äh, noch und müssen wir hier eine Vorz Wolke Robian wahrscheinlich, oder? nee äh, achso, wir müssen da raufklicken äh, wusste ich toll, die eine Vorzwelle haben wir eingesammelt und jetzt müssen wir äh hier irgendwo hin da, müssen wir das hier auch anklicken ja aber da können wir nicht einfach irgendwelche, die ganze Zeit diese ganzen Wolken anklicken nee, anscheinend nicht äh war hier nicht eine Wolke? doch hier okay und das war's schon ja, guuuuut und ich hab Stufenaufstieg bekommen okay next question no nein, der hat nichts ihr habt alle nichts ey alle ihr x äh nein, 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 nein hat dieser hat den Mulch und die Milch irgendwas für uns wuuuuh oh Gott oah nein, der hat auch nichts okay, dann gehen wir mal nach ähm zur Schule I don't know ich finde einfach keine Aufgaben vielleicht hat dieser Laborratte ja, ja, jetzt was New Quest Master aber das ist von diesen blöden Welten ja, genau wir wollen aber nicht die Welten wir wollen nichts äh nope nope wo sind denn noch irgendwelche anderen Charaktere in welchen Welten die hier vielleicht jetzt nicht sind ähm Black vielleicht beim Lock Alter, das Black ist ja voll immer so komisch in der Wildnis ist auch nichts oder muss ich vielleicht bei der Wildnis noch irgendwas einsammeln I don't know nein die hat auch nichts okay, dann gehen wir mal zur Wildnis was jetzt die Wildnis ruhig und geklickt habe ja, ich denke schon äh äh sieht schlecht aus hier ist kein Pfeil oh, es leckt auf einmal so komisch mhm iiih das ist ja eine eklige Leckerei hier okay okay, gut dann gehen wir mal ich glaube das war's ich finde sonst keine Aufgabe mehr miu okay dann gehen wir mal ins Trainingsgelände ist da irgendwie noch irgendwer jemand ich glaube nicht man hat so eine Leine okay der Typ hier hat nichts toll es sind alle keine Freunde mehr alle Feinde alles böse Feinde okay dann Eret ich tue Kopf nicht vollkommen vergessen steht ja unten die ganze Zeit Eret okay da war eine unsichtbare Wand Fail Irrte Holbirne bitte jetzt nicht durch ganzen Weltenreisen na äh schooly of dragon z okay das kann Sinn ergeben bla 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 okay nee running 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 oh schon wieder irgendwas zum abschießen ja 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 bla 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 jetzt müssten wir da rausschießen glaube ich kann ich doch anticken ach soll ich dadurch anticken jetzt muss er rausschießen okay Salz am Feuer buh so jetzt müssen wir irgendwas da machen oh Gott ey so viel Klickarbeit hier ach nö bla 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 oh cool das war richtig gib Grobian die Seife äh ähm du willst mit mir zum Taxi oder ja genau dann gehen wir zu Berg obwohl der ist doch oder ist er nicht mehr in dem Brütungsstall bei dem Brutplatz egal so spät gobe 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 achso ja der ist ja oben oder auch nicht wo ist er denn jetzt ach nee der war da unten genau da unten ist er hat er so einen Grund dass ich ausgerechnet hier die Seife geben muss stinkste oder wat schon auf Hygiene gehört ähm Erit 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 ist anscheinend da okay dann suchen wir den mal der ist wahrscheinlich unten oder ist er hier unten an seinem Schiffchen oh es legt hier so blöd wieder hallo oh ist noch voller Kopfnuss gegeben naja eigentlich hat er nicht einen Tritt auf den Kopf gegeben auf jeden Fall ja jetzt ich meine ihr habt sie alle gesehen ok feind grump so grump grump rupala grump äh was ist lieber ach nö ist das dieses scharf da hinten ach hier ach hier es ist ein scherber das ist ein Jack es ist äh ein Muffel hallo siehst aus wie ein Schaf von der Weite weißt du das und das war es schon wieder ne du toll kann nicht kann man nicht anklicken ich hab auch einen gehabt der hieß weiß ich nicht mehr ähm der war auf jeden Fall blau wie ist denn meiner also entweder er hat einen logischen Namen oder einen beleidigen Namen das weiß ich jetzt leider nicht mehr ach ne ok dann gucken wir mal da da ne doch nicht das sah so aus nein 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 ok ich glaube dann beende ich das auch weil sonst wird das zu lang knackt knackt mein Fenster hier schon wieder oh god ey der hat auch nichts ok ich hatte sowieso nichts dann ja auch keine Ahnung dann setzen wir uns mal hier auf die Insel rauf lalalala 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 auch schön gut dann hoffe ich das geht alles mit den Aufnahmen und dann sehen wir uns bei der Quest mit Ice-Rom-Einland wieder tschüss lalalala 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 lalalala